Erster bis Dritter für das große A-Finale um die Gold, Silber und Bronze Medaille qualifizieren kann. Und jetzt ist es soweit. Alle sind gut weggekommen und am schnellsten aus den Puschen hier das grüne Boot auf der Mittelbahn. Da ist es ganz leicht voraus, das Boot des Australiers, Little Hales, der jetzt hier richtig Fahrt ausgenommen hat. Und direkt darunter mit der roten Kappe der Algerier, Brahim Gwendus, der auch mit nach vorne will. Und dann sind es die beiden Bahnen aus Frankreich und Ungarn, die sich ins B-Finale hinein schaufeln. Und dann müssen wir mal gucken, was hier unten los war zwischen dem Israeli und dem Kanadier. Ich glaube, es war Kanada, aber das muss jetzt mal wieder unser Zielfilm richten, der auf der Linie natürlich durch diese Schlitzkamera entsteht. Und jetzt gucken wir mal, Frankreich klar, Ungarn klar und es ist tatsächlich Kanada. Es ist Gabriel Ferrand Buu, der hier noch mit in das B-Finale hineinrutscht und die anderen drei sind an der Stelle ausgeschieden. Right you are, one, two, three, Australia, Algeria, and Italy. We'll go to final A, France, Hungary, and Canada through to final B. We'll go to final A, France, Hungary, and Spain. So here we go. So let's do this. Untertitelung des ZDF, 2020